Gute Morgen und Herzen Willkommen zu unserer Standaktion der FDP. Alles wieder schöner Buch, hier mitten im Herzen Fall. Wir stehen bereit, um die Wählerinnen und Wähler zu animieren, die FDP zu wählen für die Einwohner und Gemeinschaftswahlen im 2016. Mein Name ist Damien Schaller und ich bin Ivo Notzerkandidat, wenn ich will. Herr Parteipräsident, was haben Sie zu sagen zu unserer heutigen Standaktion? Alles super. Hey, es läuft jetzt hoch. Alles super. Natürlich sind wir nicht die einzige Partei, die in Aalswilhelm Dorfkern Werbung macht für die eigene Sache. Wollen wir da mal schauen, wer denn sonst noch umeinander ist. Übrigens, wählen die Liste 1 FDP. Wir sind in Aalswilhelm Dorfkern. Ja, das ist ein kleines Wurzel. Das zeigt mein Grösse, schöner, besser. Die Gemeinderter Roby Bock hat ja die Idee mit einer Kulscher zu sammeln und die startet am 2. Februar. Ich habe mir überlegt, wieso ich gerade mit der ganzen Rolle kämpfen muss. Wir sind auf dem Lindenplatz, mein Name ist Martin Münch und wir haben unsere Standaktion. Es läuft gerade hervorragend, gute Diskussionen mit den Leuten hier, es ist sehr interessant. Sie kommen wirklich zu uns mit Problemen, die sie betreffen und ich hoffe, wir können Lösungen bieten. Wir sind begeistert von diesen Säcken, das haben wir ja auch in den Medien immer erfahren. Die Kunden mit dem Leporello machen das Rang für euch. Das zeigt auch wieder einmal, dass wir das mit dem Leporello verbinden. Und das Ganze hier mit dem Leporello ist der 1. Der Impact ist gut und die Stimme haben wir eigentlich schon angeholt. Ich bin überzeugt, dass wir gut abschneiden werden.